Hey, meine Fackel ist im Arsch. Ja, warum bist du du unsichtbar? Da crazy ist es ja auch nicht. Keine Ahnung. Ich verstehe das nicht, warum das so ist. Ihr habt lauter Holzschilder. Hast du Holzschilder? Mhm. Ich muss mal meine Fackel wieder machen. So, hier machen wir eine schöne Wand hin mit... Kann ich da ein Flugzeug oder sogar Freiden? Cool. Hä, wie soll denn das funktionieren hier oben? Ich glaube wir müssen doch das eine Holzschilder von dir entfernen, Zocki, weil... Ah, ne doch nicht, Moment. Ne, 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 ich krieg das hin. Ich krieg das hin, ich krieg das hin, das wird ein Balkon. Das wird ein Balkon, das kriege ich hin. Okay. Dann mach es. Wo? Wasser, Hilfe. War, wenn wir da einfach ruhig gerne wieder hin machen. Oh Scheiße, ich hab ne neue Badhaus. Hm. Ups, falscher Knopf. Ähm. Ich brauche da einfach einen Rahmen hin. Oh, mir fehlen vier Leder, deswegen. Noch ein Stück. Nein, nein. Ich baue jetzt den Rahmen dahin, wo ich ihn hinhaben will. Mein Vogel kann nichts tragen. Wo ist denn der nächste Berg? Ähm. Rechts, links, geradeaus. Rechts, links, geradeaus. Aha. Überall, wo er sein will. Überall, wo er sein will. Yay. Problem ist, er kann nichts tragen, der Vogel. Oh Gott, ich werde vielleicht gerade einmal zehn oder so mitnehmen können. So. Brauch hier wo? Ah, und schon haben wir einen kleinen Balkon. Braucht ihr Notizen? Äh, ne, die sind eigentlich nur fürs Kochen wichtig, du Notizen. Da oben. So, wie viel braucht denn das Holzgeländer? Holz. Aua! Weißt schon, dass du mir Leben abziehst, crazy. Ich weiß. Wo bist du hin? Oh, Spookies. Ja, gell, wo ist er hin? Stecken hier die Pfeile im Rücken jetzt? Ich seh meinen Rücken so schlecht. Nein, sie stecken gar nicht mal den Rücken, sie stecken den rechten Arm hinten drin. Ich lauf etwas hinterher. Nee, weil dir trau ich nicht mehr. Nein. So, wo ist denn... Nein, meine Achse ist schon wieder kaputt. Du musst dann neu herstellen. Ja, ich kann die ja reparieren. Ja, mein ich. Jetzt halt, dass wir besser eine Metallachse haben. Ja, ihr könnt's ja, wenn ihr Leder habt, tut sie es in die Ding und ich mach euch dann eine Metallachse. Ich hab nur zweimal Leder. Ich find keine Tiere. Doch, ich hab welche gesehen. Auch und so auf der anderen Seite. Wie wär's, wenn wir so einen großen Bronchiosaurus töten? Die sind fies. Die können sich auch fies wehren. Die können dich nämlich durch die Gegend schleudern, wenn die sich angegriffen fühlen. Ach ja, das ist der Baum, der was nichts gibt. Ach, der unsichtbare Baum, meinst du? Nein, der Baum, der einfach kein Holz rauspuckt und nie zum Pfeilen ist. Na ja, was ist das? Die sind da los. Die scheiß Insekten greifen mir an. Wie kannst du die Insekten abwehren? Mit dem Kescher? Abrunzen hab ich geklärt, das soll ich mir öffnen. Okay. Da ist ein Baum. Ihr Schwänze. Was sind das für komische Vögelflugviecher, die hab ich noch nie gesehen. Noch nie? Vielleicht ein neues Update. Ja, das ist, es muss ein neues Update sein, weil das die Steine so auseinandergefallen sind, war früher auch nicht so extrem. Ja, es gibt ja auch, es ist ja auch ein neues Update gekommen, das Tag-Tier-Update. Hm. Ach so. Oh, da sind die Kristalle auch gleich. Hier läuft. Da sind auch ein Luxaurier. So. Kristalle, ey, da zocke ich. Jetzt wird er reich. Jetzt lässt er uns bald im Stich. So, jetzt tue ich Pirandias mit Bogen abschießen. Kann ich ihn Wasser mit dem Bogen abschießen? Ganz bescheunerte Frage. Ich hab's noch nicht probiert. Nein, kannst du nicht? Nein, kann man wirklich nicht. Scheiße, ich werde angegriffen. Raus da! Ich würde jetzt gern Metall holen, aber ich habe Angst. Jetzt kackt mein Vogel gar hin, obwohl er angegriffen wird. Was ist da aus? Der Idiot ist mir gefolgt. Jetzt stirbt er. Er ist tot! Stirb, Piranha. Stirb. Wenn da ganz zufällig kein Dino ist, dann ist er nicht der Puls. Ich tue Fischen mit einem Pfeil und Bogen. Was müssen wir? Oh, Spucki. Okay, hast du. So. Piranha, du gehörst mir. Wo ist denn das? Ja, Spucki. Jetzt musst du hier hoch, gell? Ah, du kommst da sogar hoch! Aua! Was? Ich wurde ausgeraubt? Was? Was? Ja, ja! Das ist scheiß Vieh. Das habe ich ja gesagt. Was klaut es dir? Irgendwas. Irgendwas. Zufall wahrscheinlich. Wo ist es? Hey Vogel, komm her! Da ist ein Wilder. Kann ich... Wenn mich ein Flugsaurier... Greift mich ein Flugsaurier an, wenn ich ihn klappe? Nein, er fliegt weg. Also mit der Bowler. Ja. Komm her, du scheiß Vieh. Was mich gerade geklaut hat. Die töte ich jetzt. Wow, ich habe 39 Metall. Kann ich noch fliegen? Oh ja, es ist knapp, aber ich kann... Alter, der hat... Der klaut dir auf einmal 22 Stroh? Muss ich ihn dann K.O. schlagen, oder? Wo ist das Vieh? Ja, K.O. schlagen mit dem Holzknüppel. Oh, mit dem Holzknüppel. Ganz wichtig. Sonst tötest du ihn. Knüppel, Knüppel, Knüppel. Wo ist der Knüppel? Da ist er. Und wenn er K.O. liegt, Narko-Bären reinlegen. Die Schwarzen. Was jagt der crazy gerade? Mhm. Vogel. Ey, meine Bowler. Der Flugsaurier, oder was? Ja. Ja. Heißt du, wo ist unsere Base? Ja, ich habe mich gerade auch im Wald verlaufen. Ich bin unter dir. Oh man. Da bist du unter mir? Oh, der hat sich befreit. So ein Scheiß. Muss aus dem Wald raus. Nein. War zu langsam. Ich weiß nicht, ob es geht, aber wir können es versuchen. Wo bist denn du? Da bin ich. Ach, der ist wirklich verloren. Hab ich dich? Nein. Jetzt hast du mich. Cool. Wow. 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 Du bist zu schwer. Ey, ich, ich. Aua. Aua. Ich wurde schon wieder ausgeraubt. Aua. Wo ist der Scheißvieh? Kommst du jetzt her, du? Hörst du auf mich auszurauben, du Drecksvieh? Oh ja. Komm her. Komm her. Ich ausrauben. Du stirbst jetzt, ey. Warte, ich werde kurz das Metall und so heimbringen. Wenn ich unser Zuhause finde. Muss ich hier irgendwo sein. Da, ich seh schon. Dann hole ich dich wieder ab. Mit dem Vogel. Aua. Jetzt hab ich. Oh, ein Betsy übersteuert. Ja, ich hab grad. Sorry, ich hab grad die falsche Schildkröte erwischt. Oh ne. Ich weile mich. Die falsche? Aber die Schildkröte hat mich nicht angegriffen, sondern hat das Vieh getötet, was mich beklaut hat. Cool. Oh, geil. Hey, ich wurde auch beklagt. Ich hatte nur noch 25 Metall. Scheiß mich an. Ich hatte mehr. Mhm. Okay, wenn der Betsy nicht viel Einhänger hat, könnte ich ihn tragen. Ich weiß nicht, wie viel ich Einhänger hab, also. Viel schafft der Vogel nicht. Er ist noch zu jung und schwach und klein und zerbrechlich. Wenn ich wüsste, in welche Richtung unsere Base ist, ach und wie, wo du herkommst. Ja. Schauen wir mal, ob es jetzt geht. Au. Nein. Oh Gott. Der Vogel ist auch ein bisschen blöd. Äh. Ich glaub, du hast mich, ja. Ich hab kurz grad unter die Maps sehen dürfen, aber wir bewegen uns wieder nicht, oder? Warte kurz, ich werf kurz mal ein paar Steine weg. Oh, du bist einfach zu schwer. So, ein bisschen chillen. Ne, leider Gottes, ich muss mich wieder fallen lassen. Okay. In dem Moment hätte ich jetzt deinen Vogel sterilisieren können, während ich an ihm hing. Nein. Folge mir einfach, da ist die Base. Folge mir, komm. Warte, ich hol mir noch die Dodo. Mal ein 7. Jetzt hab ich auch wieder uns ein bisschen Leder besorgt. Okay, du rennst schon richtig. Ja, ich weiß, ab hier kenn ich mich wieder aus. Ich hab's nur den Weg aus dem Wald nicht mehr gefunden. So, soll ich wieder ein bisschen Ding hauen gehen? Ja, oder? So. Äh, eine Frage, wie lange wollt ihr zwei noch machen? Ähm, mir ist wurscht. Weil ich hab morgen nämlich wieder Dienst, deswegen frag ich. Ach so. Und ich weiß nicht, ob ihr ohne mich weitermachen könnt, ne? Das ist wieder die Frage. Nein, das geht nicht. Ah, was? Ich bin am Verhungern, am Verdursten und merk gar nichts. Scheiße. Na, ich muss doch was essen. Wow, da könnte einer aber echt mal wieder ein bisschen früher warnen, das Spiel. Hm. Ja, ich weiß, ich bin dehydriert, aber jetzt nicht mehr. So, da, la. Ah. Ich chill mal und schau die Aussicht an. Oh. Ich hab mir einen Stuhl gebaut. Bin jetzt aber schon länger nicht mehr gelevelt. Ah, was sind das für Fenster? Eh, wer hat denn da auf die Treppe gekackt? Da liegt ein riesen Kack auf der Treppe. Boah, na, 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 na. Vogel, Vogel, Vogel. Ah, da bist du ja. Vogel. Braust du auch einen Stuhl? So, ich mach jetzt, arbeite jetzt mal in unserem Balkon weiter. Au. Sag mal. Ach, wie BVB-Files. Ich bin Holzknüppel, nur mit Angst. Ja, aber ich glaub, dann liegst du schnell. Und bist dann nicht nur bewusstlos, hab ich das Gefühl. Hm. Wir haben erst 10. Wer besser ist. Na, Bessi? Na, Bessi? Na, Bessi? Braust du dich? Willst du wirklich? Ja. Willst du wirklich? Ja. Ja. Du hast aber ne Axt in der Hand. Ja, ich auch. Und du willst nen Holzknüppel machen. Mir egal, ich hab ein Schild, du nicht. Na, Bessi? Komm schon. Ich hab's auf. Kann er wie aber hier abgeht, gell? Aua, er hat mich echt K.O. gehauen, gell? Jetzt hör auf. Nicht Tothau, nicht Tothau, bitte. Sonst verlier ich wieder alles. Ja, Bessi? Ja, was verlierst du denn? Du bist der Interbase, oder? Ja, ist er. Er liegt da. Ja, aber man muss sagen, er hat mich davor schon dreimal mit dem Knüppel gehauen, ne? Bevor der Kampf losging. Ach so, ja, na dann. Cheater. Hast du richtig gehört? A cheater. Jetzt kannst du nen Zocki auch noch K.O. hauen. Und wahrscheinlich, wenn wir beide wieder da sind, dann liegen wir beide im Käfig oder so. Boah, ich hab so viel rohes Fleisch, ich schalte jetzt mal zum Ofen gehen. Ja, ich glaub, der brennt schon gar nicht mehr. Da seh ich nen Zocki landen. Ja, ich hab wieder einen Metalleinhänger. Beziehungsweise seinen Kopf und seine Hände hab ich beim Landen gesehen. Echt? Schon wieder? Das ist die scheiß Lederrüstung. Ah, definitiv. Ja, aber ich hab die ja auch an. Und bei mir ist das ja auch nicht. Und der Crazy hat's ja auch an. Und ihn seh ich ja auch ganz. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hab ich ne Kombination an. Das passt nicht. Darum sagt das Spiel, nein, schaut scheiße aus. Muss weg. Also das mit den langen Haaren, mit dem Haaren wachsen und so, find ich schon lustig, ey. Ja. Siehst richtig lustig aus. Okay, hat wer von euch, äh, haben wir Lederanhänger? Äh, warte, warte, ich kann Leder in ne Kiste tun. Ich weiß zwar nicht. Was kann ich eigentlich mit Holzkuhle machen? Nein, in die Werkbank. In die Werkbank. Werkbank, okay. Kann ich das Feuer ausmachen in den Ohren? Was macht der Crazy? Äh, ich hab 48 Leder. Cool. Sieh rein. Okay, dann. Ich mach mir jedenmal ne Eisenspitzhacke. Und wenn es sich so ausgeht, hm, Eisending, ne? Wie heißt das? Ein Eisending. Dann haben wir jetzt 60. Ein Eisending. Eine Eisen-Axt. So. Mal gucken, ob ich irgendwelche Viecher finde. Viecher! Hallo! Okay, Spitzhacke, Spitzhacke wird gemacht. Was braucht die Axt? Ah, die braucht auch Leder. Blablab. Geht sich aus, geht sich aus. Ey, ich hab so einen, so einen, so einen Hornsaurier gefunden. Heilt da viel raus? Was für ein Saurier? Was denn, wo bist denn du? Einen männlichen Barosaurus. Ich wüsste wo du bist. Boah, das fettgekackt. Alter, alter. Der da? Ach, ich wollte ja am Balkon weiter arbeiten. Ich lass mich dauernd ablenken. Ich beschaffe mal ein bisschen Leder. Okay, nein. Der haut ab. Bleib da! Ich schieß dich mit beiden Bogen. Ach, den großen meinst du. Ja, ja. Der geht auch schwimmen, wenn es ist. Echt? Scheiße. Wie jetzt gerade eben. Kriegen? Euer Ferkel Schnitzelis. Komm! Wenn ich wüsste wie viele Parandier in dem Wasser sind, dann würde ich jetzt auch rüberschwimmen. Mach's einfach. Soll es dir helfen, Parandier? Noch seh ich keine. Ne, da sind gar keine. Da ist ein anderer Fisch. Ja, das ist ein Koi. Die tun nichts. Ich schwimm mal rüber wie ein Fisch. Immer schwimmen, 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 Tori. Schwimmen, schwimmen. Schwimmen, schwimmen. So, ich leg mich mal mit so einem großen Dino an. Aber ich halte Sicherheitsabstand. So, ich habe jetzt einen Knüppel. Ich hau auf ihn. Wow. Ich komm hier gar nicht hoch. Bitte scheiße. Der ist versorgen des. Komm! Stirb! Komm! Kann ich unterstützen, wenn du willst. Der packt dich fest, glaube ich gerade. Ist nicht so schlimm. Ah, jetzt ist er raus. Jetzt ist er raus. Warte, 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 warte. Er packt sich, glaube ich, wieder fest. Wenn du ihn richtig jagst, dann packt er sich wieder fest. Ja! Hat sich weggepackt. Komm, jetzt geh rein. Stirb! Stirb, du komischer Dino. Ja, dann warte. Dann müsstest du K.O. kriegen, ja. Ich klopp dich tot mit dem Knüppel. Nein! Ach! Ja, ich habe ihn! Und jetzt musst du ihn, wenn er bewusstlos ist, erstmal liegen lassen, bis er genug Hunger hat. Das siehst du dann bei einer Anzeige, wenn du es eröffnest. Ich will aber sein Leder. Ach so, ja, dann musst du ihn töten. Dann musst du doch töten. Gib meine Leder. Mein großer Dino. Jetzt stirb doch endlich. Ah, ich glaube, hier sind die Steine, wo es mit dem Kalt gibt. Wo ist der hingeflogen? Goldenen Steine? Sie müssen goldig sein. Ach so, nee, der hat so ein bestimmtes farbliches, so einen farblichen Touch. Hast du den Dino irgendwo hinfliegen gesehen? Nee. Ich bin nämlich weitergelaufen, nachdem er bewusstlos war. Ich habe ihn totgeschlagen, aber irgendwie ist er dann weggepackt. Ach, da hinten? Boah, Alter, ist der weggeflogen. Ja, die können weit fliegen, das ist Wahnsinn. Das ist ja... Ah, jetzt fehlen mir wieder Fasern. Alter, ist der weit weg. Großes Fleisch, Leder. Ich habe einen Haufen Fleisch für euch. Über 100 Stück. Das ist Wahnsinn. Was macht der Crazy da? Große Dinos. Er holt... Ja, der tötet Dinos. Er tötet... Ja, er tötet Dinos. Ja, er tötet Dinos. Tötet Dinos. Und ich habe jetzt fast 100 Leder. Ja, siehste. Er macht sich nützlich. Zocki, ich brenne Leder. Ohne Hilfe, ne? Ohne Hilfe, ne? In die Werkbank. Ich hole auch gerade was. Ja, aber du kennst dich doch schon aus. Nein, ich seh... Nein, jetzt habe ich... Schreck dir mal den Arsch zu, ist das der Ernst? Ich hoffe, ich verhungere nicht jetzt da. Äh, wie kann man dieses Trinkgefäß... Ach ja, ich bin so bescheuert. Ja, was ist denn mit der Reflektion los? Das ist doch der Wahnsinn. Was, der ist tot? Ja, geil, der ist tot. Neun. Neun. Okay, ich habe auch wieder Leder. Wasserflaschen, warte mal. Ich komme schnell zurück, weil ich bin am Verhungern. Ich hoffe, dass es bleibt. Ja, ich glaube, das sind die Blend-Effekte und Lichtstrahlen, glaube ich. Zeh, acht. Ich hoffe, der Crazy hat schon gekocht. Äh... Wenn ich komme. Na klar, ist was im Lagerfeuer. Wow, mir ist heiß. Do, 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 do. Das erste Mal, dass mir heiß ist in dem Spiel. Ja, Baby. Wahrscheinlich bereue ich es gleich, dass ihr so weit von der Basis weg bin. Oh, gar nicht. Ich muss essen. Aber irgendwie zieht mich die grüne Wiese an. Grüne Wiese. So pass auf, ich habe 89 Leder, zweimal wieder quick clean. Wo muss ich das Leder reinbacken? Wertbank oder? Ja. Da kannst du dir auch gleich so eine Eisenspitzhacke rausnehmen. Ach sind die schon fertig? Ja. Ich brauche hier jetzt noch gleich. Dann baue ich die da rein. Nee Gertig lege ich mich nicht an. Wo ist das Leder? Ja. Eins, zwei, drei. Ich mache auch für jeden der Axt. Da ist Leder. Oh mir habe ich schon fast 200 Leder drin. Braust du sonst irgendwas in der Kiste, Stein? Ja kannst du auch. Reifst du mich jetzt an oder? Ich habe eine Wasserflasche auch rein, was wir brauchen. Ich glaube du bist festgepackt, kann das sein, weil dann könnte ich dich jetzt nämlich mitnehmen. Oh du bist nicht festgepackt, okay. Kann ich in den Räuchern, kann man rohes Fleisch rein schmeißen? Doch du bist festgepackt. Ja ja sollst du auch sogar, dann hält es länger. Sooo. Ich habe nämlich sehr viele davon. Kann ich da Vieh schon rein? Alter warum geht denn mein Speer nach zwei Treffern kaputt? Cool. Keine Ahnung. Für ein Vieh. Cool. Und ich kann, doch ich kann auch mal bauen. Das heißt ich kann ja Eisen ernten gehen. So. Eisen. Ich habe gerade gekackt wieder. Frische Kacke. Okay also diese Hornviecher die kann man nicht wirklich töten mit dem Speer. Ja die haben zu dickes Leder. Oh 16 Medall. Ich habe so ein Hornvieh gekillt mit Pfeil und Bogen. Aber wie viel hast du gebraucht Pfeile? Zu wenig Medall. Junge. Vielleicht 20. Ja so viel habe ich leider nicht. Vielleicht. Ich weiß nicht mehr. Okay. Weil das Vieh ist gerade festgebackt. Ich glaube wir würden ziemlich viel Leder von ihm kriegen. Da immer schön ins Auge schießen. Ich baue unsere Felsen da auch mal. Da vier Pfeile habe ich noch. Feuerstein. Feuerstein. Stein. Alter ich bin erschöpft und klopfkratzen rein. Ist noch ein Berg. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Boah wir werden fliegen.